Entschuldigung. Das muss aber auseinandergekommen werden. Ein bisschen zwischen den Beinen. Kann es sein, dass es die ganze Zeit da rumzappelt? Es hört gar nicht auf, gell? Ja, guck jetzt. Augenhöbel. Zweite Augenhöbel. Nase. Ah, das ist interessant. Der Mund ist da. Ja. Sie merken, ich versuche etwas einzustellen. Ihr Kind will nicht. Der Mund ist jetzt ganz hart auf. Ach was? Das ist sehr lustig. Wie hat sich jemand gedacht? Wie klein er ist noch? Der Mund ist auf. Das ist eindeutig zwischen den beiden Beinen. Ja. Ich würde blau sprechen. Geil. Ich bin jung. So. Kann ich jetzt nehmen, was wir haben? Ja. Ja.